Umgang mit Fehlern von Führungskräften Und ich glaube, wir haben alle schon mal erlebt, dass wir eine Führungskraft vor uns hatten, denn wir alle sind ja nicht als Führungskraft eingestiegen. Falls übrigens doch, haben Sie bereits ein gewisses Privileg genossen. Es ist nicht üblich, dass Sie von welcher Ausbildung auch immer direkt dann in eine Führungsposition kommen. Es sei denn, Sie haben da persönliche Kontakte, die dann allerdings nichts mit Leistungsprinzip zu tun haben. Wenn Sie in der Führungsrolle sind, werden Sie sich manchmal vielleicht gefragt haben, ob das, was Sie getan haben, richtig war. Und wenn Sie nicht in der Führungsrolle sind, werden Sie oft erlebt haben, dass Sie etwas als ungerecht empfunden haben oder dass es auch ungerecht war. Der Punkt ist, wie wird mit Fehlern von Führungskräften umgegangen? Und da haben wir leider jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit wieder mal ein katastrophales Beispiel aus Deutschland. Das Ganze ist während der Olympiade passiert. Ich könnte jetzt zig Beispiele aus der Wirtschaft nennen. Die haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten hier ausgiebig besprochen. Bei Olympia der Coach Patrick Moster beim Radrennen meinte, seinen Athleten anfeuern zu müssen. Und ich beziehe mich hier auf die Meldung vom ZDF. Ich habe es allerdings durch Zufall tatsächlich auch live gesehen. Der BDR-Sportdirektor, bunddeutscher Radfahrer Patrick Moster, 54 Jahre alt, meinte, seinen Athleten anzufeuern mit den Worten, hol die Kameltreiber. Ja, das müssen Sie sich in der heutigen Zeit erstmal reinziehen, dass sowas heute noch geäußert wird. Das ist 1a 1940er Jahre deutscher Rassismus. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Er bezog sich hierbei auf Eritreas Emmanuel, Gibral Sabir und Algerias Asedin Lagab, die vor dem Deutschen lagen. Und was Patrick Moster dann macht, er hat sich danach entschuldigt. Der BDR-Präsident Rudolf Scharping, ja, das ist der, der früher in der SPD als Kanzlerkandidat mal unterwegs war, falls sich jemand daran noch erinnert, der immer noch genauso nicht charismatisch wie damals und rhetorisch mittelmäßig dann zwar sagte, es sei nicht akzeptabel, aber direkt dann sagte, und ich zitiere, wir werden darüber nach den Olympischen Spielen sprechen und dabei die Entschuldigung von Moster auch in die Bewertung einbeziehen, sowie den besonderen Stress, dem das deutsche Männerteam auf der Straße ausgesetzt war. Das wurde auf ZDF gesagt. So, es gab dann natürlich einen öffentlichen Aufschrei. Also allein, dass der Präsident als allererstes mal sagt, wir werden die Entschuldigungen einbeziehen und den Stress, den man hatte, als ob Stress eine Entschuldigung ist, dass sie rassistische Äußerungen machen. Also BDR-Präsident Scharping macht sich hier selber im ersten Schritt direkt erstmal durch proaktive Entschuldigung und damit die aktive Beeinflussung in einem solchen Verfahren mitschuldig und damit leider auch zum Mittäter. Es gab dann einen öffentlichen Aufschrei, international, ich kann Ihnen sagen, da ich ja selber international außerhalb Deutschlands wohne, es wurde massiv thematisiert, hat dem deutschen Radsport massiv geschadet, daran besteht überhaupt kein Zweifel mehr. Die meisten verbinden jetzt deutsches Radteam mit genau diesem Moment, dieser einen Aussage. Und das Ganze hatte ich übrigens nicht mit Anstellerei oder im Moment des Stresses können mal falsche Äußerungen folgen. Das sind ja immer so Entschuldigungen, die dann kommen. Wenn Sie den Moment des Stresses nicht handhaben können, dann bleiben Sie in der Führungsposition bitte fern. Oder wie McKinsey unter anderem diese Woche schrieb, wenn es darum geht, Arbeitsumgebungen zu gestalten, dann sagte McKinsey, und Sie können davon ausgehen, eine knallharte Premium-Beratungshimmer wie McKinsey, die Ihre Erträge reinholen muss, hat auch keine einfache Arbeitskultur. Aber die haben ganz klar geschrieben, we are only safe if everyone's safe. Also wir sind nur sicher, wenn alle sicher sind. Übrigens vorab schon mal den Hinweis darauf, einige werden das gestern schon gehört haben. Viele werden sich ja jetzt fragen, wenn einem sowas passiert, wenn einem solche Gedanken durch den Kopf gehen, was kann man sich da mal anhören? Wir haben gerade gestern ein Interview veröffentlicht mit Roman Jaburek. Der ist nicht nur Stimmtrainer, sondern auch Trainer für Stimmigkeit im Leben. Das ist auf jeden Fall spannend. Und auf dem englischen Kanal habe ich aus Seattle den internationalen LGBT-Aktivisten, der sich als Non-Binary, also nicht-binär, geoutet hat, vor kurzem Sean James interviewt. Sean James ist selber viele Jahre als LGBT-Aktivist in den USA. Und übrigens, wenn Sie jetzt bereits denken, wenn Sie jetzt denken, ach, dieser ganze Gender-Kram mit nicht-binär und so weiter, alles Quatsch, dann sind Sie ganz nah an den Problemfällen, über die wir hier sprechen. Denn dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendwo Ihnen eine solche Äußerung in irgendeiner Situation rausrutscht, und zwar in einer Situation, wo Sie denken, es merkt keiner, und dann merkt es doch jemand. Denn Sie können davon ausgehen, Patrick Moster würde sowas mit Sicherheit nicht sagen, wenn er wüsste, dass laufende Kameras es aufnehmen. Er hat halt gedacht, niemand hört das, wenn er da irgendwie rumschreit. Der Punkt ist, was ist denn jetzt das Problem? Okay, erstmal haben wir ein Fehlverhalten von Führungskräften, und das Fehlverhalten von Führungskräften fällt immer schneller auf, weil es mehr Präsenz hat, mehr Tragweite, manchmal auch eine Neidkultur, die wir insbesondere im deutschsprachigen, also vor allen Dingen in Deutschland haben. Und natürlich, dadurch wird es auch schneller rumgetragen. Das zweite Problem hierbei ist allerdings, allen Mitarbeitenden, überlegen Sie sich mal nur Ihre eigene Laufbahn, wie viele Schulungen haben Sie gemacht im Bereich Regulatorik, Compliance, Verhaltenskodizes? Also jeder Mitarbeitenden Person wird gebetsmühlenartig beigebracht, was denn alles an Verhalten nicht akzeptabel ist, und dann macht eine Führungskraft sowas. Und warum kommt dann so eine Reaktion, wo man sagt, das ist ja nun nicht das, was geschult wurde. Geschult wurde, wenn jemand sowas macht, dann gibt es massive Konsequenzen. Und auf einmal wird dann gesagt, ja, wir gucken uns danach mal und mal sehen, und wir werden dann, dann wird Verteidigung von der Führungsebene quasi schon die nächste Führungskraft mit in Schutz genommen. Die Reaktionen, das ist das nächste Problem, kommen dann oft halbherzig, unehrlich oder sind so irrelevant, dass man darüber, wenn es nicht so traurig wäre, eigentlich nur lachen kann. Denn dann merkt man auch tatsächlich, den allermeisten Leuten tut es nicht leid, denn Patrick Moster hat sich natürlich entschuldigt dafür, auch mehrfach. Aber den meisten Leuten tut vor allen Dingen leid, dass sie erwischt wurden. Und das muss man realistisch sehen. Den meisten Leuten tut nicht leid, was sie getan haben. Den meisten Leuten tut leid, dass sie erwischt wurden. Und ganz oft eben auch werden mentale Aspekte, also psychische Gesundheit, komplett außer Acht gelassen, die solche Dinge eben auch mit in Mitleidenschaft ziehen können. Der Patrick Moster übrigens ist dann nach dem internationalen Aufschrei nach Hause geschickt worden. Das haben Sie vielleicht dann auch mitbekommen, wurde öffentlich in der Presse auch berichtet. Aber diese Aspekte des Mental Health, der psychischen Gesundheit traten, vor allen Dingen in die Öffentlichkeit, nachdem Simone Biles, die am meisten Medaillengewinde und Wettbewerbsgewinde Gymnastin, die wir weltweit haben, die halt gesagt hat, sie tritt in den jeweiligen Finals nicht mehr an, weil es mental nicht mehr geht. Da sind wir mittlerweile angekommen. Also während überall gesagt wird, mentale Gesundheit ist wichtig, 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 ist es so, dass Menschen bei Olympia, dem Höhepunkt jeder Karriere ohne jeden Zweifel, dann sagen, ich trete lieber nicht an, als das weiterzumachen. Und das zeigt uns doch, dass wir hier nicht darüber diskutieren müssen, ob Menschen übersensibel sind oder ob Führungskräfte zu Unrecht an den Pranger gestellt werden. Wir müssen darüber diskutieren, was denn tatsächlich falsch gemacht wurde. Und natürlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Können Sie entsprechend Coachings in Anspruch nehmen oder Sie können Seminare veranstalten. Auf Ihren Events macht es mit Sicherheit Sinn, da Menschen Vorträge zu halten, um mal den Impuls überhaupt in die Firma zu bringen. Mit Beratung, Mentoring, Projekt, Interimsmanagement kann man da sehr viel machen. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, wenn Sie daran Interesse haben, an nb-networks.com. Und Artikel finden Sie jederzeit, weil viele Fragen halt auch immer nach schriftlichen Dingen. Einfach kurz auf expert.nb-networks.com gehen, dort die E-Mail-Adresse eintragen. Dann gibt es jede Woche Mittwoch Ressourcen von Podcasts über Artikeln und so weiter. Und das ist nur über den entsprechenden Expert Excellence Newsletter dann auch kostenlos und frei verfügbar. Natürlich, das gilt wie immer für die wöchentliche Aussendung, die ich hier mache. 100% Inhalt und garantiert werbefrei. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie geht es denn besser? Also Punkt 1, Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion. Wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, ist die Reaktion Pflicht. Wichtig, nur dann. Wenn sie also innerhalb einer Organisation sind und sie sind keine Person des öffentlichen Interesses, dann haben sie natürlich das Recht zu sagen, ich möchte mich anwaltlich beraten lassen und lasse dann ein Statement entsprechend machen. Das können sie machen. Eine eigene Reaktion natürlich führt oftmals zu mehr Empathie, aber manche Menschen reden sich da eben auch um Kopf und Kragen. Wie Rudolf Scharping, der halt erstmal sagt, ja, wir gucken nach den Olympischen Spielen. Das ist der erste Fehler. Und dann müsste er sagen, selbst wenn wir sagen, wir gucken nach den Olympischen Spielen, wäre der nächste Satz im Zuge eines Sportgerichtsverfahrens. Punkt, Ende. Stattdessen sagt er halt, ja, wir werden die Entschuldigung mit berücksichtigen und den Stress, den das Männerteam auch hatte. Also es wird sofort korrektiv und schützend von der Führungsebene auf Seiten der Fehlverhaltenen eingegriffen. Und es ist ja immer auch so, wenn sie eine Anschuldigung haben, können sie ja auch dann sagen, dass sie die Anschuldigung völlig anders sehen. Nur wenn natürlich auf Video klar die Schuld belegbar ist und nicht eine Seite behauptet und die andere Seite sagt, sehe ich anders und dann müssen wir halt bei neutralen Gerichten rausfinden, was die Wahrheit ist. Wenn aber jemand ganz klar schon einräumt, dass ein Fehlverhalten passiert ist, dann müssen sie sich anders geben. Und hier natürlich stehen sie in der Öffentlichkeit wie Patrick Moster, der mit 54 Jahren jetzt auch nicht aus einer Generation kommt, wo man sich zwingend rausreden kann. Übrigens gibt es keine Entschuldigung für solche Äußerungen. Völlig egal, aus welcher Generation sie kommen. Und das Hauptproblem dabei ist vor allen Dingen, wenn sie das Wort Kameltreiber verwenden und diese rassistische Äußerung, die völlig inakzeptabel ist, dann tätigen. Das Wort fliegt ihnen ja nicht zu. Das Wort ist ja nicht plötzlich in ihrem Hirn entstanden. Solche Äußerungen stammen von einer gewissen Geistesgrundhaltung, denn ansonsten kennen sie einen solchen Duktus, eine solche Ausdrucksweise, ein solches Verhalten überhaupt nicht. Und von daher ist es höchst bedenklich und auch wirklich sehr schwierig, besser gesagt inakzeptabel, was hier passiert ist. Aber Tatsache erstmal, um es besser zu machen, Punkt eins, sie haben eine Vorbildfunktion, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, ist die Reaktion Pflicht. Das hat er auch gemacht übrigens. Er hat sich dann öffentlich entschuldigt. Natürlich müssen dann auch andere Menschen auf höheren Führungsebenen dazu Stellung beziehen, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Wenn sie nicht in der Öffentlichkeit stehen sind und keine Person öffentlichen Interesses sind, dann müssen sie sich auch zu keiner machen lassen. Das ist ganz wichtig. Also immer, wenn Leute irgendwo meinen, das sieht man ja teilweise sogar im privaten Umfeld, wo ich immer denke, was Leuten einfällt, wenn dann gesagt wird, du hast XY gemacht, eine Entschuldigung musst du auf Facebook posten. Wo sind wir denn hier? Wir sind ja Pranger-Gesellschaft. Das ist ja wie im Mittelalter. So, wie geht es dann weiter, wenn sie es besser machen wollen? Es gibt verschiedene Optionen, die sie im Zuge eines ordentlichen Verfahrens bei unklarer Sachlage dann tun können. Und ich spreche jetzt von unklarer Sachlage, also sprich, es gibt unterschiedliche Ansichten dazu. Eine Möglichkeit ist, sie schmeißen jemanden raus. Patrick Moster könnte entlassen werden. Sie könnten aber auch eine Abmahnung aussprechen. Sie könnten eine Geldstrafe verhängen. Oder sie können zum Beispiel als Zeichen des guten Willens entweder vorschlagen oder, sagen wir mal, stark vorschlagen bis verfügen, dass eine Spende gemacht wird. Wenn jetzt zum Beispiel Patrick Moster sagen würde, ich entschuldige mich hierbei und ich spende drei Monatsgehälter von mir für eine gemeinnützige Organisation, die sich gegen Rassismus einsetzt. Übrigens, sie würden dann schockiert sein, wie wenig Radtrainer bei Olympia verdienen. Aber wenn Leute erstmal diesen Täter-Opfer-Ausgleich von sich aus schaffen, dann ist schon mal ein wichtiger Schritt getan. Was sie übrigens auch machen können, das ist natürlich auch eine Option, sie können das Ganze verwerfen, wenn sie im Zuge eines ordentlichen Verfahrens zu dem Schluss kommen, dass die Vorwürfe haltlos sind. Gut, völlig in Ordnung, aber wichtig, ein ordentliches Verfahren. Und da steht ja jetzt anscheinend auch Patrick Moster ins Haus. Der Sportgerichtshof befasst sich mit der Sache bereits jetzt. Aber wichtig, und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, vermeiden Sie jede Form von Pseudoaktivität, denn damit schaffen Sie sofort eine Präzedenz. Es wird sofort ein Fall geschaffen, worauf sich jeder in Zukunft dann auch beziehen kann. Und wenn es einmal passiert ist, dann ist das über Jahre zitierbar. Denn die absolute Verjährung, wenn es keine Konsequenzen gab bei offensichtlicher Schuld, die absolute Verjährung, und darauf kann sich jeder im Rechtsstaat beziehen, die absolute Verjährung tritt nach zehn Jahren ein. Und nicht vorher. Jetzt gibt es eine juristische Verjährung, die tritt bereits nach fünf Jahren ein, bei einigen noch darunter, also von daher. Irgendwo bei fünf bis zehn Jahren haben Sie aber lang genug ein Problem. Und dann werden ja weitere Fälle passieren. Also wenn Sie jemandem eine rassistische Aussage durchgehen lassen. Und es gibt ja Firmen. Ich meine, alleine innerhalb der letzten sechs Monate hatte ich mehrere Fälle, wenn es um den Bereich nachhaltige Führung geht, im Coaching, wo im Zuge von Kritik Äußerungen kamen wie, nun hören Sie mal zu Schätzchen. Oder Liebelein, ich erzähle dir mal was. Oder Sie als Frau müssen auch mal verstehen das. Oder kann ja sein, dass Sie als Schwuler ohne Kinder und dann kommt irgendeine andere Begründung. So was ist leider keine Seltenheit. Und natürlich sind diese Aussagen vollkommen inakzeptabel. Stellen Sie sich mal vor, ich würde Ihnen erzählen, ja Sie als Heterosexuelle mit Kindern müssen auch mal sehen, dass es andere Menschen gibt, die halt keine Kinder haben. Und daher habe ich mehr Zeit verfügbar. Und deswegen bitte stellen Sie Ihre Karriere hinten an, weil Sie Kinder haben. Da würde man sofort sagen, was ist mit Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit. Und zu Recht würde man das sagen. Nur diese Ansprüche gelten eben nicht nur für die größte und damit automatisch privilegierteste Gruppe der Gesellschaft. Die gelten für alle Teile der Gesellschaft. Und deswegen vermeiden Sie jede Form der Pseudoaktivität, kommen Sie zu einer klaren Entscheidung. Also das Allerschlimmste wäre, wenn Sie einen Vorfall haben, jemand äußert sich meinetwegen rassistisch, homophob, antisemitisch, frauenfeindlich, sexistisch, objektivieren, wie auch immer. Dann machen Sie irgendeine Pseudoaktivität, kommen am besten zu so einem Pseudoschluss wie in Zukunft müssen wir halt besser aufpassen. Und das Allerschlimmste wäre, wenn Sie am besten dann noch sagen, ja, die Person, die jetzt besser aufpasst, steht am besten direkt in Beziehung zu der Person, die die Tat begangen hat. Dann sind Sie im Bereich, wo Sie sich einfach nicht nur völlig unethisch und unmoralisch, sondern schlichtweg schäbig verhalten. Damit machen Sie übrigens die gesamte Führungsgruppe, ziehen Sie in Mittäterschaft. Ohne jeden Zweifel. Und deswegen ist wichtig, wenn Sie es besser machen, Punkt 1, Vorbildfunktion anerkennen, wenn Sie in der Öffentlichkeit stehen, eine Reaktion zeigen. Vielleicht haben einige mitbekommen, es gab eine Explosion im Camp Park in Leverkusen mit durchaus schwerwiegenden Vorfällen, nicht nur für die Umwelt. Es gab mehrere Tote, es gibt Vermisste, wo bereits eingeräumt wurde. Man wird sie wahrscheinlich nicht lebend finden. Also wir haben zig Todesfälle. Und am selben Tag traten die Führungskräfte von Bayer vor die Kamera, weil das ihre Aufgabe ist, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Wenn Sie jetzt irgendwo in einer kleinen Firma sind und da passiert was, dann will die Tagesschau kein Statement von Ihnen. Sie müssen sich nicht zur Person des öffentlichen Interesses machen lassen, nur weil jemand irgendwie Hass gegen Sie hat. Nur wenn Sie in großen Konzernen, öffentlichen Verbänden, Berufsverbänden oder anderen Gruppierungen sind, die in der Öffentlichkeit stehen und ja auch in der Öffentlichkeit stehen wollen und haben dort eine Führungsrolle, dann müssen Sie klare Statements bringen. Und wenn Sie das nicht machen, machen Sie sich komplett unglaubwürdig. Wichtig dann bei den Optionen, diese Optionen bitte immer begründen. Denn natürlich schreien Leute gerade im Zuge einer ersten Emotion oft nach der sofort schlimmsten Variante. Also bei einem Patrick Mosta sagten viele, muss sofort entlassen werden. Dass er nach Hause geschickt werden muss, stand auch für mich außer Frage und nach Rudolf Scharpings Äußerung ohnehin. In der englischsprachigen Welt übrigens, wenn Sie so eine Äußerung machen, dann werden Sie sofort freigestellt und natürlich entlassen, weil Rassismus keinen Platz hat. Und auch ich sehe hier, wenn man mir nicht einen zwingenden Grund zeigt, warum es anders sein sollte, ich sehe hier für Patrick Mosta und das ist ja auch dann entsprechend vorgesehen beim Sportgerichtshof, eine entsprechende Sperre. Und wenn er gesperrt ist, kann er keinerlei Position ausführen und dann wird er eine Sperre bekommen. Wie lang die ist, das muss man den Regularien des Sportregelwerks entnehmen. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendeine Regularie eine lächerlich geringe Sperre vorsieht. Eventuell noch mit Geldstrafe, aber wichtig, egal ob Entlassung oder Abmahnung, ob Geldstrafe oder eine freiwillige Spende in Richtung Täter-Opfer-Ausgleich oder ob Sie es dann begründet verwerfen. Die Begründung ist wichtig und muss dann auch entsprechend kommuniziert werden. Vermeiden Sie diese Pseudoaktivitäten, das bekommen alle mit. Und wenn Sie die Präzedenz haben, beziehen sich Leute darauf und sagen, ich mache jetzt was falsch, aber ich darf das, weil andere es auch falsch gemacht haben. Und damit bekommen Sie eine ganz toxische Firmenkultur, aus der Sie auch dann schnell nicht mehr rauskommen. Ich hoffe, dass Sie hier einiges mitnehmen konnten. Wichtig auf jeden Fall ist, dass Sie sich bitte die anderen Podcasts mal annennen, weil Roman Jabourek zum Thema Stimme und Lebensstimmigkeit einiges wirklich auch zu sagen hat. Und das ist auf dem deutschen Podcast, im englischen Podcast. Sean James spricht ein sehr klares Englisch, auch wenn er Amerikaner ist. Hören Sie sich das wirklich mal an, denn ich bin mir absolut sicher. Und jetzt räumen Sie es einfach nur für sich vielleicht mal ein. Es wird hier Menschen gegeben haben, die hier zugehört haben und dann gesagt haben, ach, jetzt kommt wieder jemand mit Gender und LGBT und so weiter. Was soll das denn? Wir haben doch Gleichberechtigung. Das zeigt nur, dass Sie in der Welt nicht unterwegs sind und einfach nicht sehen wollen, wie viel Diskriminierung noch stattfindet. Wenn Sie sich mit der anderen Seite nicht mal befassen, machen Sie sich automatisch zum Problem. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie eventuell ohne jeglichen Vorsatz, ohne jegliche Absicht eine Handlung tätigen oder eine Aussage tätigen, die Ihnen, Ihrer Organisation, Ihrer Firma, Ihrer Vereinigung, Ihrem Verband, Ihrer Gruppierung massiv schaden werden, weil Sie sich vorher mit einer Thematik nicht befasst haben. Ich freue mich auch hier wieder auf die Diskussion, die wir haben werden. Das ist jede Woche wirklich sehr fruchtbar. Unter nb-networks.com schreiben Sie mir gerne jederzeit eine E-Mail. Jetzt ist es wichtig, das Ganze anzuwenden, umzusetzen und in Ihre Organisation zu bringen. Und deswegen bleibt mir zum Schluss des Podcasts nur noch eins zu sagen. Vielen Dank für Ihre Zeit.